hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ich möchte euch heute hier einen coolen mod vorstellen ja das ist ein bisschen hier arbeits erleichterung für mich aber ich denke mal ist auch was für euch ihr habt den mod schon vor einigen tagen mal gesehen aber ich habe dann drauf vergessen aber ich finde der mod ist irgendwie schon mal ganz cool mit dem könnt ihr für coole screenshots was ihr für euch oder eure freunde spiel machen tut dann ja ganz ohne oben diese ganzen anzeigen ja ich finde das ist fürchte coole sache also ja wie funktionierte mod hier ja alt links und dann h drücken ja wenn man auch gleich anschauen wir werden jetzt daher gehen werden uns jetzt ein fahrzeug und kaufen normal ja kaufen uns mal hier diesen coolen pkw natürlich einmal so wie er da steht ja dann schauen wir das ganze jetzt hier wo haben wir das gute stets ja also hier das ist eigentlich nice aus findet ihr nicht hier dieser schicker ja jetzt will ich ein screenshot machen stört mir aber die uhr das ganze möchte aber nicht unbedingt in die konsole rein gehen dass ich da durch tappen muss bis zu nimmerleins tag ja dann immer ja halt links und ja dann haben wir jetzt die hier kommt leider jetzt die drauf wegen der scheiß helfer helfer aktiviert nein wir wollen den helfer ja nicht aktivieren so also jetzt hier und können natürlich jetzt mit den ja waren ein cool screenshot natürlich machen dass wir hier unsere freunden zeigen können ja das war es da soweit dass ich hoffe euch hat hier mein video gefallen wenn ja schaut es doch wieder rein würde mir persönlich freuen immer sage ich dankeschön fürs zuschauen bis zunächst mal franz ciao ciao